Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Battlecats. Wir haben GammaToto damals gestartet und schauen doch mal, was er für uns mitgebracht hat. Auf jeden Fall kann man den Charme auch leveln. Nice. Er schwitzt. Kann man Tattoo und Erfahrung erhalten? Nicht Level 2 erreicht, ok. Wow. Guck mal, hier ist mehr passiert. Ich verstehe. Ich dachte, er hat alles komplett gemacht. Alles klar, aber er hat nach 1279 bekommen. Ok, das heißt, ich könnte im Prinzip mal einmal durchklicken. Ist überhaupt nicht laut oder so. Ich mach's ja kurz auch ein Stück leiser. Also ich hab das einfach auf... Jetzt hab ich's auf... Wir machen's auf 2%. Ok, wir kriegen ziemlich viel Catfood, was den's nice finde. Ja, 1.200... Ist jetzt auch nicht so viel, aber ist okay. Ähm... Ich hab's bei mir jetzt 18.25 Uhr. Ich werd den drei Stunden lang wegschicken. Das passt. Ähm... Ja. Cool, das heißt, ich werd den regelmäßig machen und ich regelmäßig aufleveln. Ok, verstehe. Und der Euro Sank ist bei 128. Bei 200 gab's das 5 Speedups, alles klar. Ähm... Ich hab ein bisschen die Gold-Dinger geholt überall. Also alles bis... Russland ist Gold. Danach ist es eher weniger. Auch weil das alles sehr, sehr viel Energie kostet. Hatte ich aktuell noch nicht viel gemacht gehabt. Wir haben allerdings wieder 115.000 Erfahrung, muss man sagen. Hm. Ähm... Und damit können wir aufrüsten. Ich find die Titan-Katze wirklich gut. Also ich mag sie wirklich. Die Frage ist, ob ich hier noch was machen kann. Die Wallet ist nur, dass ich mehr nutzen kann. Ja, ja. Ähm... Das ist eigentlich auch ne Schrott. Ich mag die Titan-Katze wirklich. Die macht wirklich viel. Ich glaub, die hat irgendwie so 500 Damage gemacht oder so. Normalerweise... Die Gross-Kat macht irgendwie, ich glaub, 5... 14 Schaden pro Attack oder so. Und der macht einfach 500. Zumindest auf dem Gebäude hat das so gemacht. Ähm... Deswegen find ich es nicht ganz unverkehrt, die aufzurüsten. Lass uns gleich nochmal in die... Diebes-Katze reinschauen. Aber ich mag's tatsächlich aber die Titan-Katze noch ein bisschen zu machen. Aber ich find die schon mega stark. Oh, sie auf 7 ist okay. Ähm... Fisch-Kat... Ja, wenn ich sie nutze, sollte ich sie schon ein bisschen aufrüsten. Das ist schon okay. Ansonsten haben wir ja aktuell nicht viel Tank-Katze. Da hab ich nichts mehr. Okay. Gut. Gut, gut. Dann lass uns... Lasset uns ganz kurz mal die Treasures anschauen. Ob wir da irgendetwas Neues haben. Oder wie... Wie gut wir auf dem Vormarsch sind. Nein, wir haben das hier... Ich hab mir schon bei 100%. Das war 95%. Das heißt, ich krieg jetzt noch mehr Erfahrung. In Griechenland fehlt noch. Und dann sind wir jetzt hier aktuell. Monaco und Germany fehlen noch. Wobei die irgendwie überskippt worden sind. Frankreich und Dänemark fehlen auch noch. Ja, also... Irgendwann kriegen wir da schon sicherlich, denke ich. Dann lasst uns auf nach... Deutschland! Let's go! Lass uns die Deutschen killen. Die Deutschen Katze. Das kommt bestimmt so eine... So eine süße gestreifte... Ne, doch nicht. Gut. Dann lass uns erst mal aufrüsten. Ich hab Bock aufs doch nicht die Tarnkatze. Muss ich gestehen. Ähm... Deswegen... Wir können doch einfach mal... Wir können doch jetzt sparen. Okay. Wir können doch mal sehen, was für ein Damage die macht. So... Warte mal, wie riesig die ist, ja. mhm... 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 Okay, schick mal die Kararin daher. t 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 mhm... Oh, die haben wir alle umgeniezt. Um-um-geniezt. Um-geniezt, umgenutzt. Na ja, können wir ab und zu mal sehen, den Schaden. Ähm. Er macht sogar 700. Welches ist das? Jetzt? Na ja, ich denke, es sind so 600 bis 700 tatsächlich. Bam! Sie macht so einen wahnsinnigen Schaden, die Titan-Kette. 17.000 Erfahrung. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, was es für Treasures gewesen sind, wo ich Deutschland für brauchte. Hier, ne? Ja, das ist tatsächlich irrelevant. Das hier ist wichtig. Frankreich und Dänemark, die werden dich als nächstes erfahren müssen. France haben wir schon. Auf zu Dänemark. Einer Energie brauchen wir noch, okay. Dann werden wir auf diese Energie warten. Und vielleicht danach einen Ladership nutzen, oder? Sonst kommen wir nicht wirklich weiter, finde ich. Das finde ich auch doof. Muss man auf die Zeit angucken. Let's go zu Dänemark. Es kostet aber 40 Jahre. Ich darf maximal 190 haben. Finde ich ein bisschen doof, muss ich gestehen. Gefällt mir nicht so. Das will ich den Titan-Kette vorbringen. Das ist kein Ding. Wir rushen dann wieder durch. Das heißt, wir werden dir auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt erst mal aufrüsten. Auf 10. Aber die ist ja schon wirklich sehr mächtig. Die ist doch jetzt nicht allzu langsam. Das ist doch nicht so schnell wie meine Gross-Kette. Das macht das Ultra-Damage, ne? Guckt ihr den Damage an. Was ich für einen Gesichtsausdruck weiterhin hat. Hey, freundlich. Hat ja der so ein... Die Adern sieht man. Wenn er sich anstrengt. Und ich muss dann auf den Deckel zu hauen. Okay, er macht 36 Schaden, die Gross-Kette. Aber er macht trotzdem 700, ja? Ah, ja, ist klar. Wir haben ein Elephant! Guck mal, noch die Tankenkette. Piu! Wir haben das Gute, wenn wir so ein Aue-Tag haben. Das ist einfach... Wir können einfach so viel Schaden machen, auch wenn wir die Viecher nach vorne angreifen, na? Ihr seht, jetzt haben wir locker umgenietet. Das war jetzt nicht allzu schwer gewesen. Die Tank hat sich schon sehr mächtig. Und sehr laut ist das alles. Boah, ii, Alter. Vom 18. Normale Folktales received. Eine neue Katze wartet darauf, aufgerüstet zu werden. Und ich habe ein neues Ticket bekommen. Dafür, dass wir Dänemark geklärt haben. Ein Rare-Ticket sogar. Nice. Und ich habe noch ein... Zwei-Lehrer-Ship sogar bekommen. Cool. Ja, lass uns erst mal zur Katze gehen. Wobei ich ganz kurz gucken wollte. Cool. Das heißt, wir brauchen wirklich tatsächlich nur Frankreich. Nice. Nice, nice. So, eine spezielle Kat. Boogie-Kat. Eine Bondage-Kat. Strong against Red Enemies. Okay. 42.000 haben wir. Dann lass uns doch die Titan-Kat noch aufrüsten, wenn es geht. Ah, es geht. 33.200. Uff. Wir haben fürs Level Up kein Dings bekommen, Mann. Nein, wir haben nicht volle Energie bekommen. Okay. Ah, ich bin so geizig für Leather-Ship. Weil ich weiß nicht, ob ich durch das Leather-Ship einen geringeren Rank bekommen will. Oh, ist das ein Katamins? Wobei Upgrade-Kat-Unit. Alles klar. Nein, alles gut. Alles gut. Kann man nutzen. Kann man nutzen. Kann man nutzen. Let's go. Auf nach Norwegen. Ah, da so viele Gegner kommen. Haben wir hier auch schon alle Gegner gesehen? Da wir haben. Auf nach Norwegen. Da können wir gleich ein paar Folgen auf oder noch eine weitere Folge im Anschluss hinterherknallen. Ah, da was für ein langes Ding. Dann warten wir erst mal wieder. Oh, yeah. Komm her, meine kleine Titanen-Katze. Du möchtest dir gehen dann doch alle umnieten. Und dann wird die Titanen-Katze daher. Wobei die hat einen ziemlich langen Cooldown. Kann er so lange ein bisschen aufrüsten. Gucken, ob die Titanen-Katze... Die kommt Wacker bestimmt bis hinten durch. Ah, mehrere getroffen. Easy. Guckt euch den Damage an. Das ist so krass. Aber sie sind dann langsam. Das ist schade. Wir bräuchten noch welche, die den Speed erhöhen. Das wäre ganz cool. Es gab in Line Ranchers, glaube ich, ein paar Einheiten, die die Geschwindigkeit erhöht haben, oder? War das nicht so? Womit die Einheit einfach schneller geworden sind. Jetzt haben wir uns etwas gerade ganz gut sehen können. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Vielleicht, wenn man das, wenn ich mich wieder nochmal angucken würde. Hätte man es in Slow-Mo vielleicht gesehen. Wie viel Damage er gemacht hat? Bam! Easy. Er macht natürlich noch mehr Damage. Das ist klar. Weil wir haben ja aufgerüstet. Mit Erfahrung. United Kingdom. Let's go! Ah, wir sind hier langsam. Langsam geht es, glaube ich, Richtung USA. Ich glaube, ja. Und dann brauche ich erstmal wieder ein paar Tage, um die ganzen Medaillen auf Gold zu farmen. Das dauert aber ein bisschen. Ja, lasst wir den hier schicken. Der ist nämlich ultra langsam. Das heißt, wir können erstmal ein bisschen los go. Ja, ganz gemütlich. Wenn wir jetzt ein bisschen was haben, können wir uns den Cross-Kid vorstecken. Zack. Die ist eh 100 Mal schneller als er. Und das ist anders wie auch noch 100 Mal so schnell wie er. Das sind ja nur 8.000 Leben. Oh, das ist aber nicht so viel. Das finde ich auch mega gut. Die Opa Langbeinlinge. Nutzig zu selten. Das waren auch schon E-Attack. Batsch. Ich dachte, er macht so an die 800 Schaden. Der Elefant ist mir einfach völlig egal. Weil ich einfach an dem vorbei angreife. Arme Saun. So. Der haben 47.000. Können wir nochmal aufrüsten? Ja, können wir. 50.300 brauchen wir. Für die letzte Titaren-Katzen-Stufe. Und nur sein 136. Easy going. Let's go. Wenn ein Stück weiterkommen sind wahrscheinlich. Grönland sind wir jetzt. Wir laufen langsam Richtung USA. Hier hinten sind sie ja. Muss jedenfalls noch alle klären. Wenn wir uns mal ganz kurz die ganzen Maps angucken, wo ich hier rot habe. Dreimal gekleert. Sechsmal gekleert. Sechsmal, siebenmal, 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 siebenmal. Ah, es geht schneller. Zweimal, sechsmal. Also man muss es schon öfters machen, damit man da die guten Schätze bekommt. Das dauert dann manchmal ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir machen gleich eine Folge. Ich habe noch ein bisschen Bock weiterzumachen. Wir werden es auch mit dem Speed up machen, denke ich. Beim nächsten Mal, wenn man so richtig vorrushen. Und dann habe ich ein paar Missionen auf jeden Fall zum Gold machen. Das finde ich ganz gut. Und wir werden uns das dann in der nächsten Folge nochmal wiedersehen. Und ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei The Battle Cats. Ciao.